Ich will doch jede Filme. Ich will doch jede Filme. Du sagst du mir jetzt einen Zittring? Ja, ich hab auch zu sein einen Zittring. Ja, du hast ja einen Zittring. Ja, und? Fangen wir da auch schon steil? Ich hab gerade gar nichts zuhört. Verweckst du Freundlichkeit nicht mit Trashen? Ich brauch dich ja so. Ey, Hansen, Alter. Ich beruhig dich mal wieder. Nee, aber das ist die ganzen Sachen, ey. Was war das die ganze Sache? Ich stehe da jetzt echt offen. Versuche. Was? Herrlich. Ey, ich weiß nicht was du kommst, Alter. Geil zu sein. Ja, dann mischt dich doch nicht wieder ein. Mach mich immer dumme Kommentare zu mir. Sei doch einfach mal genau so zu mir wie am Sonne. Ja. Das reicht, ja? Pass mal auf, ey. Denkst du, weil ich ein Kopf kleiner bin? Okay. Ein Kumpelchen, ey. Nur weil ich ein Kopf kleiner bin? Ey, ich lass doch nicht mit mir machen was ich will. Du produzierst mich bitte schon. Lass mich mal normal reden mit ihm. Kann ich ihm noch mal hören? Ey, nein. Ich bin wirklich, ey. Guck mal. Ja, aber es geht doch einfach so. Weißt du, was ich einfach nicht verstehe? Warum? Du wirst jedes Mal so nicht zu mir. Kannst du nicht mit mir so reden mit den anderen auch? Ich lass dich alles mit dir machen, ja? Du musst nicht mehr machen, Alter. Du musst nicht mehr machen, Alter. Wahnsinn, jetzt lass noch mal in Ruhe, Alter. Ja, es soll nicht mehr haben, Alter. Guck mal, der ist 18, er ist der Jüngste. Er ist 30, ja. Was macht der denn, ey? Hey, wo ist das, wo ist das? Ja, nee. Ich bin ruhig, Mann. Aber ich lass ihn. Ey. Ich bin ruhig. Dann lass lieber nachher unten anderen auch noch die Fresse klauen, Mann. Nein, ich bin ruhig. Du bist bestimmt nur so einer kurz. Ich bin. Ja, du hast die ganze Zeit, Alter. Du wirst dich niemals schlagen, Alter. Ich lass dir das und du die Respekt wohnst, Alter. Ey, ich bin doch nicht Respekt wohnst. Nein, ey. Okay. Er ist ja nur ein kleiner dicker Junge, der da scheiße ist. Warte, jetzt haben wir die Fresse, Alter. Ey. Aber es geht doch wirklich, was hab ich denn jetzt gerade. Gar nichts, sagst du, Junge, Warte. Wir gehen ja schon seit gestern, wo ich hier saß, gingen wir schon auf den Sarg, ey. Wir gingen ja gerade auch auf den Sarg, ey, wo der mich die ganze Zeit mit der Straße volllaufen hat. Aber du musst ihn ja nicht gleich schlagen. Dann drückst du dir ein paar Sprüche oder anderswo. Ja, ich hab dich auch nicht geschlagen. Aber film das schon mal jetzt nicht alles rein. Doch, das können wir ja morgen recherchieren, genauer was hier passiert ist. Das bleib ich mir mit auf die Kamera, weil das ist alles. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß. Ja, aber... Ist drauf. Also, ich bestelle dir jetzt Tonfisch-Zwiebeln. Christian, lass doch mal einfach dein Handy aus der Kamera. Hä, was? Du brauchst nur Stützer. Ja, ich brauch ein Stativ für mein Handy. Ja, ja, genau. Geht nicht. Du nix, du nix, du nix. Wirklich nicht, ne? Nicht, dass ich jetzt gleich... Na, wie sind die denn jetzt? Ich würde auch mal sagen. Krass, schon so schwer. Ja, ich bin schon so zu Bett fangen. Du... 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 Du...